Hallo, heute erkläre ich euch den Kopf. Das ist der Kopf. Das sind die Haare und das ist der Hals. Hinten, das ist der Nacken. Jetzt erkläre ich euch das Gesicht. Das ist das Gesicht. Das ist die Stirn. Das ist die Nase. Und das ist das Kinn. Das sind die Ohren. Das ist das linke Ohr. Und das rechte Ohr. Und das sind die Augen. Die Augen. Das sind die Augenbrauen. Und die Augenlider. Das sind die Wimpern. Die oberen Wimpern. Und die unteren Wimpern. Das sind die Backen. Man sagt auch die Wangen. Und das hier sind die Lippen. Die Oberlippe und die Unterlippe. Das sind die Zähne. Und das ist die Zunge. Tschüss. Mäden. Jaaadla. Bis zum nächsten Mal.